Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und diverse, zum großen Staffelfinale von Lustige Witze. Bei mir geht gerade einiges ein bisschen drunter und drüber. Eigentlich wollte ich dieses Video hier letzte Woche schon vordrehen, aber dann bin ich einfach fünf Tage krank geworden. Und deswegen ist mein Gast heute... Ja, auch niemand, weil ich jetzt kurzfristig keinen mehr bekommen habe. Und das Ganze hier heißt auch großes Staffelfinale, weil ich leider jetzt für ein paar Wochen mit YouTube aufhören muss. Den Grund dafür mal ganz schnell erklärt, wie die meisten von euch vielleicht wissen, ich bin ja selbstständig und ich bin jetzt einfach bis Ende des Jahres vollkommen mit großen Projekten ausgelastet, weshalb ich diese Videos hier einfach nicht mehr mit reinkriege. Aber ich verspreche euch, ich mache sofort mit Lustige Witze, Konzertvlogs etc. weiter, sobald ich wieder etwas Luft dafür habe. Damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst, müsst ihr mich abonnieren und die Glocke aktivieren. Und das ist jetzt sehr wichtig, weil wenn ich jetzt mal vier Wochen kein Video rausbringe und dann wieder eins rausbringe, dann zeigt YouTube euch das einfach nicht an. Oder ihr kriegt es hundertprozentig mit, wenn ihr mir auf Instagram folgt, denn da bin ich weiterhin aktiv, hier oben im i. So, genug gelabert, jetzt gibt es nochmal schön 50 lustige Witze auf die Schnauze und zwar in 3, 2, 1, go. Weißt du, was deprimierend ist? Wenn du eine Viagra gestuckt hast, gegen eine Wand läufst und dabei den Kopf zuerst an die Wand schlägst. Was war Jesus von Beruf? Student. Er wohnte mit 30 Jahren noch bei den Eltern, hatte lange Haare und wenn er etwas tat, dann war es ein Wunder. Wohin fliegt ein schwuler Adler? Zu seinem Horst. Neulich in der Tierhandlung. Ich möchte einen kleinen Hund für meine Tochter. Sorry, aber bei uns werden keine Tauschgeschäfte gemacht. Wieso beschweren sich die Anti-Maskenträger nicht darüber, dass es nicht erlaubt ist, als Geisterfahrer unterwegs zu sein? Wo bleibt denn hier die Freiheit? Warum kann Trump schwimmen? Weil er hohl ist. Wieso geht er trotzdem unter? Weil er nicht ganz dicht ist. Habe mir neulich ein Dach gekauft. Ging aufs Haus. 9-11-Witze sind nicht witzig. Die anderen zwei sind es. Verstehe ich nicht. Welches Wort wird in jedem Wörterbuch falsch geschrieben? Na falsch. Ich habe einen Stift, der unter Wasser schreiben kann. Er kann aber auch andere Wörter schreiben. Oh Mann. Ich habe neulich den Drogentest bei einer Polizeikontrolle bestanden. Gefällt mir ganz gut. Allerdings muss mir mein Dealer jetzt einiges erklären. Mein Geldbeutel ist wie eine Zwiebel. Immer wenn ich ihn öffne, fangen meine Augen an zu drehen. Immer diese neidischen Blicke im Fitnessstudio. Sollten die sich halt ihre eigene Pizza mitbringen. Du hast wirklich schöne Beine. Sollten sie sich jemals streiten, dann bin ich gerne bereit, dazwischen zu gehen. Ich habe gerade eine Piloa-Reaktion. Piloa-Reaktion ist der Fachbegriff für Gänsehaut. Er, Schatz, mit der neuen Brille siehst du echt hässlich aus. Sie, ich habe doch gar keine neue Brille. Er, ich aber. Tatsächlich habe ich keine gute Beziehung zu meinem Arzt. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, fühle ich mich krank. Wie nennt man eine weibliche Pute? Putin. Meine thailändische Freundin findet einen kleinen Penis gar nicht so schlimm. Trotzdem wäre es mir lieber, sie hätte keinen. Wer schwankt, hat mehr vom Weg. Senor Gott. Ein blinder Mann läuft in eine Bar. Und in einen Stuhl. Und in einen Tisch. Lieber einen dicken Bauch, als überhaupt nichts Hervorragendes. Ich würde nicht sagen, dass ich besonders faul bin. Aber ich halte es für äußerst vorteilhaft, dass Atmen ein Reflex ist. Wie nennen Chinesen ein Oberschenkelbruch. Knacki, knacki, da beim Sacki. Immer wenn über eine Sache Gras gewachsen ist, kommt ein Esel und frisst es wieder runter. Sie hören von meinem Anwalt, ist die Erwachsenen-Version von, das sage ich meiner Mama. Hast du auch so einen Schrittzähler? Nein, ich fange erst mal langsam an. Ich habe jetzt so einen Bewegungsmelder. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir nicht ganz so sicher. Gott gab den Menschen Intelligenz. Ausnahmen bekamen die Regeln. Gestern stand ich noch vor dem Abgrund. Heute bin ich schon einen Schritt weiter. Lache und die Welt lacht mit dir. Furze und die Welt hört auf zu lachen. Das stimmt doch gar nicht. Ist doch genau andersrum. Ich versuche seit 10 Minuten den BH meiner Freundin zu öffnen. Leider vergebens. Hätte ich ihn doch niemals angezogen. Ungeschriebenes Gesetz. Halte beim Banane-Essen niemals Augenkontakt. 152% der Leute haben mal wieder völlig übertrieben. Gespräch unter Bäuerinnen. Morgen fahre ich mit meinem Mann in die Stadt. Da werden Schweine versteigert. Und? Was meinst du? Was wird er bringen? Ein Dutzend nuschelnde Duzer. Dutzend nuschelnd dutzend du... Ein Dutzend nutz... Fick dich, Lea. Ein Dutzend... Ein Dutzend... Ein Dutzend nuschelnde Duzer. Dutzend nuscheln, dutzende, dutzender Nuschler nuscheln. Was? Traue nie den leuchtenden Augen eines Mannes. Moment, bevor ich den weiterlese. Den Augen kannst du trauen. Es könnte auch die Sonne sein, die durch seinen hohlen Kopf scheint. Vier Worte, die das Ego jedes Mannes zerstören. Bist du schon drin? Ohne Scheiß, ich wurde das in meinem Leben einmal gefragt. Und ich glaube, ich habe gesagt, ich weiß nicht genau. Wie reagiert man denn da drauf? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Was sind 15 Männer auf einer Rolltreppe? Kot am laufenden Band. Legt euer Geld in Alkohol an. Wo sonst gibt es 40%? Ich wollte schon fast sagen Dogecoin, aber da habe ich 60%. Minus. Biertrinker sind bessere Liebhaber. Milchtrinker sind bessere Säuglinge. BMW, bayerischer Mistwagen. Wenn deine Mutter vor dem Fernseher läuft, verpasst man den ganzen Film Pearl Harbor. Wären deine Eltern besser mal die 5 Minuten spazieren gegangen. Warum vergessen Männer häufiger mal den Hochzeitstag? Weil sie ihren Untergang nicht feiern wollen. Lieber mit Glied als ohne Glied. Drei Worte, zwölf Buchstaben. Leicht zu sagen, schwer zu beweisen. Ich bin Batman. Hat der Vollmond Auswirkungen auf den Beischlaf von Menschen? Bei mir schon. Dann kann man die Nachbarn besser mit dem Fernglas beobachten. In einer lauschigen Sommernacht seufzt sie. Hör mal Schatz, die grillen. Er, ich rieche nichts. Die Kommentar-Kommentierzeit habe ich dieses Mal rausgelassen, weil ich die Fragen, die ich verwenden möchte, gerne mit einem Gast beantworten will. Aber gerne könnt ihr mir schon mal für die nächsten Folgen lustige Witze einen Kommentar schreiben, den ich irgendwo einbauen kann. Ich hoffe, dieses Video hat euch heute trotzdem gefallen, auch wenn es mal ein bisschen kürzer war. Bitte nicht den Daumen hoch vergessen, ich brauche das. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr bleibt mir abomäßig treu. Ich werde jetzt ganz, ganz, ganz viel fleißig arbeiten in den nächsten Wochen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Haut raus, wir hören uns.